Wir brauchen ein soziales Element, wir brauchen dann eine verdeckte Progression für die kleinen Einkommen, aber wir brauchen im Kern eine Aussage 25% für den Staat und 75% für dich selber. Der Bibelzehnte reicht nicht mehr aus, aber der Gedanke, ein Viertel für den Staat und drei Viertel für mich, das prägt sich ins Rechtsbewusstsein ein. Und wer das nicht erfüllt, ist kein ehrbarer Kaufmann, ist kein anständiger Bürger. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen kämpfe ich weiter und deswegen haben wir zu Anfang dieses Jahres, das war für mich ein wunderbares Silvestertag, einen ungeheuren Erfolg erreicht. Also als ich 2005 nach der Wahl, die nicht so ausgegangen war, wie ich es mir vorgestellt habe, beobachtet habe, wie die Politik sich in die Großen Koalitionen bewegt, da dachte ich, naja, also dieser schöne Gedanke, ein einfaches, faires, Rechtsbewusstsein bildendes Steuerrecht ist die nächsten Jahre mausetot. Dann kam der 1.1. dieses Jahres und der Deutsche Bundestag hat mit überwältigender Mehrheit der Bundesrat einstimmig die Einheitssteuer 25% bei völlig vereinfachter Bemessungsgrundlage eingeführt. Da habe ich echt gestaunt. Mir war natürlich bewusst, dass diese große und begrüßenswerte Reform einen wesentlichen Fehler hat, nämlich die 25% gelten nur, Abgeltungssteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen. Aber damit stellt sich ja für unsere Gegenwart eine interessante Frage. Entspricht es unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass derjenige, der Einkünfte aus Kapital hat, der also im Sessel sitzt und Coupons schneidet und eine Million verdient, mit 25% seine Bürgerpflicht erfüllt hat, während der andere, der die Ärmel aufkrempelt und die GmbH managt als Gesellschafter-Geschäftsführer, mit 45% dabei ist. 45% für Erträge aus Arbeit, 25% für Erträge aus Kapital, das ist nicht die Gerechtigkeit, die wir in Deutschland wollen. Und deswegen wird die politische Vernunft, vielleicht die politische Vernunft in einem Wahljahr, und der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz dafür sorgen, dass dieses fundamentale und ersichtliche Unrecht so nicht bleibt. Und der Solidaritätszuschlag steigert es ja noch, weil er ja auf die Steuerschuld ansetzt. Wir stehen also an einem ganz wesentlichen Umbruch, auch in der Frage der parlamentarischen Verantwortlichkeit für grobes Unrecht. Die Gerechtigkeit fährt nicht immer auf der Autobahn, sie fährt manchmal auch verschlungen Nebenwegen, aber sie führt nach Rom. Arbeiten wir dran. Wir haben in dieser Krise, in dieser Krise des Parlamentarismus, wie in dieser Krise der Wirtschaft. In der Krise des Parlamentarismus, wo der Deutsche Bundestag pro Jahr 150 Gesetze produziert. Wo die Europäische Union täglich acht Verordnungen und Richtlinien erlässt. Täglich acht. Wenn ich mit meinen Studenten hart arbeite, kann ich in einem Semester ein Gesetz verstehen, das Grundgesetz. Das Einkommenssteuergesetz verstehen wir nach zwei Semestern noch nicht. Aber bei harter Arbeit ein Semester. Aber nicht ein Monat und nicht ein Tag. Die Europäische Kommission, das ist ja der eigentliche Gesetzgeber, der Rat entscheidet über 80 Gesetze in einer Stunde. Das Parlament kann was verhindern, aber nichts zustande bringen nach dem System. Auch dort haben wir eine Inflation, eine Überproduktion, bei der derjenige, der das Gesetz erlässt, nicht weiß, was er tut. Und derjenige, der es empfangen muss, es nicht mal lesen kann. Wenn Sie all das Recht lesen würden, das Sie in Ihrer Branche betrifft, hätten Sie keine Sekunde Zeit, etwas anderes zu tun. Und deswegen müssen wir da auch dort pragmatisch denken. Es darf in jedem Rechtsgebiet, im Strafrecht, im Wirtschaftsrecht, im Sozialrecht, im Steuerrecht, nur so viele Normen geben, als der zuständige Ministerialrat aktiv im Gedächtnis behalten kann. Der kluge Kopf des Ministerialen als Mengenschleuse für Recht. Jetzt beginnt mir die Ministerialbürokratie wieder sympathisch zu werden. Meine Damen und Herren, wir haben eine Krise. Wir haben eine Krise im Finanzmarkt. Wir haben eine Krise im Wettbewerbs- und Wirtschaftsdenken. Wir haben eine Krise in der Nichtkenntnisnahme der Entwicklung von 60 Jahren Grundgesetz bis zum 23. Mai dieses Jahres. Diese Krise ist eine fundamentale Chance. Lassen Sie uns zusammenrücken, damit wir aus dieser Krise eine Segnung machen. Schönen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus